Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du solltest mich doch nach dem Deal abholen Scheiße, das hab ich total vergessen Wie, du hast es vergessen? Ich hab's dir doch extra aufgeschrieben Mach mal nicht so Stress, kann jedem mal passieren Ach verdammt Lola, weil du nicht da warst, musste ich mit der Straßenbahn fahren Ich hasse Straßenbahn Du, tut mir echt leid Du solltest mich doch abholen, aber du warst nicht da Beim Deal lief auch noch alles glatt Der Typ hat mir das Zeug abgekauft Und ne Tasche mit der Kohle gegeben Aber in der Bahn Da war dann so ein Penner Voll mit Plastiktüten beladen und so Und der ist irgendwie hingefallen Und dann kam ein Conti rein Ich bin einfach raus Aus Reflex, wie immer halt Die Tasche Die Tasche Die Tasche Die Tasche Die Tasche Die Tasche Da war das gesamte Geld drin, Lola Lola, wir brauchen 100.000 Mark In den nächsten 20 Minuten Sonst bin ich tot, verdammt Halt's mal Mir fällt schon was ein Ich besorg's dir So kann das nicht weitergehen Trenn dich gefälligst von dieser garstigen Kuh Entscheide dich Hm, ja Schatz Willst du ein Kind mit mir? Auch wenn es vielleicht nicht Lola, was machst du denn hier? Papa? Siehst du nicht, dass ich gerade beschäftigt bin? Papa, ich brauche 100.000 Mark Spinnst du? Geh doch arbeiten Raus hier jetzt Stop that, you monster Respect your daughter Raus hier jetzt Alle auf den Boden Rück die scheiß Kohle raus Ab erbarmen Nur Gott hat erbarmen Ich nicht Money Scheiße Ich besorg's dir Mir fällt schon was ein Ich besorg's dir Schatz Willst du ein Kind mit mir? Ja Auch wenn es nicht von dir ist? Hm Ich hab doch von meiner Frau schon ein Kuckuckskind am Hals Kuckuckskind? Du bist gar nicht mein Papa One more thing Don't cheat on your money Herzlich willkommen im Budget Casino zur verlorenen Mark Ihren Einsatz bitte Alles auf die 20 Die 20 Die 20 für die Dame in Rot Die 20 gewinnt Das war das Ich bin nicht tot Hey Warte Das ist meins Ja, ich weiß. Und, was mach ich jetzt? Gib mir wenigstens dein Bugs-Trump-T-Shirt. Du kriegst auch wohl nicht ganz richtig. Ach, scheiße, Mann. Okay. Money! Oh, ist er hier. Ist alles okay. Komm. Weil der ist in der Tasche, Schnecke. Und, was mach ich jetzt? Ja, ich weiß. Und, was mach ich jetzt? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.